Sie mit 0 zu 2 auf dem letzten Platz. Aber haben auch erst ein Spiel gespielt. So, Berserk. Wieder auf der CD-Seite. So, Sneaks E-Sports. Sehen wir diesmal die Smoke und die Flash. Oder gibt es nochmal 5x Kevlar. Und man hält sich nochmal komplett durch. Und was wird sein? Natürlich 5x Kevlar. Ansonsten wäre es hier nicht Sneaks E-Sports. Und sie geben Vollgas. Alle 5x nach Richtung A. 2x über Underground. 3x über Underground. 2x beim Brunnen. Und ich nehme sie erstmal kurz ein. Da müssen wir mit aufpassen. Dass er nicht überfahren wird. Und da kommt das ganze Team am Hüpfen. Aber sie wollen nur ein paar Steps. Man geht nochmal Richtung B. Oh, jetzt wurde Tarsen da weggegen. Nach Richtung Kurz. Und der Pubtrain nimmt hier Fahrtaufzügen. Mit dem 1. Da fährt es Kito. Und den Barrels aus. Und David K. Was kann auch David K. holen? Aber kann den Headshot nicht setzen. Zynk mit beiden schnellen Headshot-Kills. Letzter Mann Mürbit. Der gibt auch nochmal Vollgas. Aber keine Chance. Und auch er fällt. Und Sneaks E-Sports. Sie machen einfach weiter. Sie geben einfach Gas. Egal welche Map. Sie können nicht langsam spielen. Und sie müssen es auch nicht. Denn bisher scheint es hier wunderbar zu laufen. Auch wieder nichts Besonderes gespielt. Kurz A angesteppt. Eventuell gehofft, dass man ein paar Leute zum A rotieren lassen kann. Und dann nochmal schnell B gegangen. Jetzt nochmal ein schneller B-Go. Ein, zwei Pop-Flashes. Keine David K. finden. Im Wasser ist zwar noch Tarsen mit der Diegel. Die wird aber gut weggemoniert. Oh, Tarsen kann den ersten finden. Fällt jetzt aber gegen Epic. So, hat die Anzeige wieder da. Und nicht wundern über den Sound. Und es gab vor kurzem CSGO-Update. Wer es verpasst hat. Und man kann nur noch mit SND und Strich-Occlusion einspielen. Das bedeutet, dass man im Endeffekt die Schüsse gedämpft hört. Wenn sie hinter der Wand sind. Und die Wand dazwischen liegt. Zwischen dem Spieler und dem Schuss. Und deshalb hört sich alles so ein bisschen seltsam an. Aber keine Sorge. Das muss so. Mehr oder weniger. Leider. Da ist nichts E-Spots. Wieder 5-Mann-B-Go. Gleich aufschlagen. Aber Karsch hinten nimmt ab. Gleich gibt es ja eine Pop-Flash. Und man pusht hier durch. Und diesmal Berserk mit einem kleinen A-Stack. Hat nicht auf A spekuliert. Aber haben sie hier fair spekuliert. Also Bibi eingenommen. Kito kann sich irgendwie noch Wasser schleichen. Und es gab sogar einen Taser-Kill. Aber es reicht nicht. Und jetzt die erste Equip-Round. Und Mürbit an der AWP. Mürbit der Spieler, der am B auf Cash. Arge Probleme hatte. Eventuell jetzt hier auf Oberpass die Möglichkeit mal zu glänzen. Und es muss jetzt was kommen von Berserk. Aktuell einfach scheinen sie fast chancenlos zu sein gegen Sneak-Sie-Spots. Und diesmal bauen sie ein bisschen breiter auf. Also spielen etwas langsamer. Warten auf den Push von Berserk. Sinn könnt ihr Solex sehen. Man hat schon mal B kurz eingenommen. Ich finde B kurz ist so ein wichtiger Chokepoint für die T's. Und sobald ich A kurz eingenommen habe bei B. Kann ich eigentlich ganz gut nochmal B-Fake oder B-Go spielen. Und auch sehr schnell zu A schieben. Deshalb gibt es auch viele Teams, die als CT, R, B kurz offensiv spielen. Kito mit dem Duell. Und ein paar Hits noch. Setz gegen Coliscious. Aber beide entscheiden sich offensiv zu gehen. Und es sieht nach dem B-Go aus. Wir sehen es eben. Kurz A angefakt. Und jetzt der Dreiber kurz. Zwölfer lang. Es gibt ein B-Go. Und was kann es Tarsen klären? Bekommt eine gute Flash. Muss ich ja selber reinflaschen. Die Flash kommt vielleicht zu spät. Kommt Tarsen. Müsst ihr die gleich rumziehen. Beide waren blind. Holt den ersten. Kann den zweiten holen. Stark gemacht von Tarsen. Und auch Solek macht hier zwei Kills. Und Tarsen holt den letzten. Weil es ist die erste Runde für Berserk auf der CD-Seite. Auch wenn er dann mit der Flash nicht rumziehen konnte. War es Aiming gut genug, um die zwei Kills zu holen. Und Solek hat hier sich um kurz gekümmert. Also mit Sneak's E-Sports. Kann nochmal kaufen. Aber jetzt die Möglichkeit für Berserk. Die T's in eine Echo zu zwingen. Und Sneak's E-Sports. Wir haben es gemerkt. Langsam spielen bringt hier nichts. Fünf Mann B-Go. Alle lang aufstellen. Sobald hier die Smoke fliegt. Wird hier durchgepusht. Und David Kay. Guten Morgen. Okulisius pusht hier rum. Holt hier David Kay. Der hat hier gar nicht auf dem Schirm. Jetzt kommt noch eine gute Gegenflash. Aber man ist hier auf dem Spot schon drauf. Solek. Noch ein kurz erfolgreich. Tarsing und Kulisius. Dafür jetzt Epic mit dem Trade Kill. Tito schon nachgeschoben. Könnt ihr vielleicht gleich Epic finden. Macht den Headshot. Gut gemacht von ihm. Nach Mürbit. Kann ihr Cap finden. Und Bombi noch nicht mehr gelegt worden. Letzter Mann züngt. Gegen Rai. Und jetzt eine gute Möglichkeit für Berserk. Immer ein bisschen mal davon zu ziehen. Mit dem Geld. Ein kleines Geldpolster aufzubauen. Sneak's E-Sports in Echo zu schieben. Oh, was heißt zu schieben? Ja, zu zwingen. Aber noch ist hier nichts geworden. Sön kann auch genug Zeit. Hoff, dass hier ein Offensiv pusht. Und einer vielleicht ein bisschen overextended. Und sobald ich einen Frack finden kann. Und jetzt hat er aber Wasser gehüpft. Hat er, glaube ich, nicht gehört. Hat er jetzt mal Zoom hören. Und, oh, sie ahnen es gar nicht. Hat er sich Zeit lassen. Hat er jetzt mitgefunden. Holt den ersten. Zweiter auch bekannt gewesen. Aber wird er mit dem Spieler von hinten rechnen. Da kommt noch einer lang. Wenn man jetzt noch lang checken würde. Hat Kido gesehen. Bombi kann gelegt werden. Aber Solek lässt sich Zeit. Oh, Sön mit guten Hits. Muss jetzt hier offenlegen. Und von hinten kommt Solek. Der kann noch nicht sehen. Aber Solek macht den letzten Kill. Und keine Chance für Sön. Schöner Versuch von ihm. Aber dann sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Zu oft eingefakt. Und da hat der Solek einfach das Spiel. Asnick Seasports. Hat auch die Bombe gelegt. Also können überlegen zu forcen. Sie wissen natürlich, dass jetzt Berserk zwar ein bisschen Geld hat. Aber wenn sie forcen, das machen sie auch. Haben sie die Chance nochmal die Economy von den CETs zu brechen. Und sie forcen auch. Und diesmal geht es Richtung A schnell. B hat hier diesmal nicht geklappt. Der Afterplan saß nicht. Vollgas Richtung Underground und Richtung Brunnen. Ganz einfacher Split. Und man pusht hier hoch. Dann kommt es an gegen Molotov. Der muss jetzt hier aber auch abwarten. Also Berserk nimmt hier erstmal Tempo raus. Von schnellem Spiel. Sonst nichts E-Sports. Jetzt geht es ja gleich weiter. Kido mit der Smokeposi. Kann nur einen holen. Ah, der Trade hat sich nicht gelohnt bisher. So, Schatz Berserk nochmal den Pab-Train hier aufzuhalten. Tarsen hier anlang. Und Mürbit soll ein bisschen am Spot nur hochhüpfen und spotten. Also immer noch zwei Spieler am B abgestellt. Man rechnet immer noch mit einem eventuellen B-Go. Obwohl jetzt nichts ganz langsam A vorgeht. Es gibt eine Flash. Tarsen an der Ecke. Okay. Aber Tarsen kann den Frag finden. Okulisch hat uns von seinem Maid geflasht. Ah, Tarsen mit dem zweiten Kill macht hier einen guten Job. Letzten Bein im Account. Cap. Ah, Mürbit verschießt. Hat noch einen einzigen HP. 99 Damage bei Mürbit. Aber sein Maid ist schon wieder zur Stelle. Au. Cap holt noch. Solek weg. Tarsen und Mürbit beide low geschossen. Die Runde können auch mal eng werden. Mürbit jetzt mit dem Move vielleicht mit der AWP. Oh, hat ihn perfekt ausgemooft. Tarsen von hinten mit dem Timing. Und Tarsen holt den letzten Mürbit. Sehr schön gemooft mit der AWP. Noch Tarsen. Maximal Damage gemacht mit dem, wen ich HP hatte. Summe das 3 zu 3. Und auch wenn es wieder knapp wurde. Berserk. Ja. Haben den Ausgleich geschafft. Und Zwing Sneaks E-Spots zum ersten Mal in eine Echo. Das war nicht die Team Flash, die glaube ich auch Gullischensplint gemacht hat. Ähm, ich glaube kurz danach kam noch eine Flash von Mürbit Richtung Lang. Passt Zeit gleich mit der Flash von Okulisius. Und dann waren beide Blind und Tarsen etwas früher was gesehen. Da wird das MRK. Kann ja Kido rausnehmen. Ja, Tarsen hat nochmal Epic erwischt. Der hat sich ja versucht Richtung Kurz rauszuschlängeln. Der kleine Schlawiner. Und der Rest von Sneaks E-Spots. Die bauen wir Richtung Arscheln auf. Zwei kurz. Da ist aber David Kay schon geschoben. Aber jetzt muss aber David Kay aufpassen, wenn er hier noch gegen Lang fallen würde. Oh, holt den ersten. Auch schon Cap durchgeschlichen. David Kay mit dem zweiten. Und David Kay weiß, wo der dritte ist. Der hat zwar die Bombe. Er dürfte hier bekannt sein. Eigentlich kann fast Tarsen noch ein bisschen durchpushen. Macht er auch. Wir sehen es eben. Und dann kommt er lang und fällt. So, Sneaks E-Spots mit der nächsten Equipfront. Und bisher eigentlich, glaube ich, haben sie so gut wie nie in AWP gespielt. Auch ein bisschen verständlich, da sie eben oft sehr schnelle Go spielen. Da haben wir da so 5 AKs. Vielleicht ein bisschen besser geeignet dazu sind. So, Berserk. Zu dritt. B. Und zwei haben A. Nur mit einer AWP. Darf jetzt mal lang übernehmen. Und Sneaks E-Spots. Macht es auch mal langsam. Also wir haben auch so ein bisschen gemerkt, dass die schnellen Ghosts mittlerweile auch nicht mehr ganz so gut klappen. Also Berserk hat sich so langsam drauf eingestellt. Dann haben wir auf die Spielweise von Sneaks E-Spots. Und jetzt mal hier nochmal einen Tempo wechseln. Man geht langsam kurz vor. Man lässt sich hier sehr, sehr viel Zeit. Man hat noch Cap vor B abgestellt. Bombe immer noch am T-Spawn. Dann, wir sehen es eben. Ihr könnt hier wahrscheinlich Cap aufheben, falls Richtung A gehen soll. So, Kido bekommt hier gleich eine Flash reingeworfen. Noch nicht um kurz. Tarsin und Nürburgen sind schon bereit. Sobald hier Kido einen Step hört. Step jetzt gehört worden. Muss die Flash eigentlich kommen? Also sie wollen zusammen rumziehen. Tarsin hat sich mal Underground gehen sehen. Können eigentlich sogar fast B ansagen. Aber ist ihm nicht ganz sicher. Kommt hier gleich der Bego. Epic kann nochmal Tarsin finden. Aber jetzt noch Solek und David Kay. David Kay mit dem Double Anlang. Solek kann aushelfen. Bombe ist down. Solek ist vielleicht an kurz gegen MAK. Kann den Hip setzen. Aber Epic mit dem Trade Kill. Ist noch Kido über kurz. One on two Epic am Spot. Bombe ist noch down. Hat jetzt aufgehoben. Keine Zeit. Die reicht nicht. Fünf Sekunden vor Schluss. Kann nur ein Waffe saven. Meiner Pech hat. Wird ja noch geholt von David Kay. Nach der Zeit. Oh, und David Kay veräumt zum Schluss. Dafür noch Kido von der Seite. Und es ist die fünfte Runde von Berserk. Und es ist wieder David Kay. Der hier den langen Spot hält. B lang. Die beiden wichtigen Kills macht. Und auch Solek nochmal den Kurzkill holt. Es gibt hier fast vertauscht die Rollen. Cash die Map von Berserk. Auf der sie kaum was. Ja, kaum eine Chance hatten. Und jetzt Overpass. Die Map von Sneaks E-Sports eigentlich. Auf der Berserk so langsam ins Spiel zurückfindet. Ja, jetzt so ein kleines Problem bei Sneaks E-Sports natürlich. Wie gesagt, sie haben nicht viel vorbereitet. Also spielen eben sehr statisch oder sehr eindimensional. Geht's hier langsam kurz vor. Kido kann erst einen finden. Also da nochmal einen langen bereit. Da kommt noch aktuell hier nichts. Man muss noch Kido Kontakt haben. Kido kann auch Sync finden. Dafür jetzt Epic mit dem Trade Kill. Einfach Epic gegen Mürbett. Wird ja aber weggemoly. Keine Flash rein. Also werden alle weggedrängt. Oh, aber Cap jetzt an B durch. B steht noch Solek mit der AWP. Der muss den Shot hier setzen. Sonst ist der B-Sport offen. Und Cap, schau dich diesen Fuchs an. Der schlägt einfach unten durch. Wird ja nicht gesehen von Solek. Und er könnte ja gleich Solek holen. Und er ahnt ja schon. Und Cap, er verschießt und macht den Frack. B somit auf. Die Rotation muss jetzt kommen. Führer und für die Mates schon geschoben Richtung B. B nochmal komplett aufgemacht. Cap mit dem Übermove. Könnt ja gleich noch den nächsten Spieler finden. Sieht, er ist am Heaven. Macht den nächsten. Und Cap vielleicht mit dem Triple. Möbel, den macht er nicht. Den macht jetzt Möbel. Two on, two so mit noch. Aber Tarsen wird hier vernascht von MRK. Und alles jetzt auf den Schultern von Möbel. Mit der AWP. Pusht hier Epic auf Close Range. Wer könnte hier gleich finden? Macht den Kill. One on one gegen MRK. Hat eine Fuse mit MRK. Ist schon lang geschoben. Verrät sich jetzt. Und Möbel zieht hier rum. Hat nicht gesehen. Oh, sehr gut gemacht von MRK. Das hat um die Ecke gespielt. Und Möbel zieht hier eiskalt durch. Reicht eine Sekunde noch. Und die Zeit, die reicht nicht. Kurz vor Schluss, MRK. Perfekt. Das Timing einfach. Also mit der Stoppuhr nebendran. Bereitgestellt. Da hat eine Millisekunde gefehlt. Aber wie gesagt. Der Timer, der stand neben ihm zur Stelle. Auch knapp. Und wir sehen es, wie knapp die Runden waren. Obwohl Berserk hier eigentlich eins, zwei, drei, vier, fünf Runden voll gewinnt. Eine verlorene Runde. Und sie müssen die Forceball einlegen. Kido mit der WP. Der Rest nur mit CZs. Und so gut wie gar kein Nates. Und jetzt die Chance für Sneakspot. Noch mal das Game rumzudrehen. Und hier auf der T-Seite davon zu ziehen. Möbel kann zwar noch einen finden. Kommt sogar noch mal halbwegs mit seinem Leben davon. Müssen ein bisschen aufpassen. Ist von allen Seiten beschossen. Oh, kann auch einen zweiten Low schießen. Vielleicht die Forceball noch mal zugunsten von Berserk. Die haben schon B ausgeschlossen. Solek mittlerweile hier B durchgepusht. Können wir gleich Okulicious finden. Aber Okulicious aimt hier gerade ab. Oh, das Timing war jetzt natürlich... Okulicious läuft noch rein. Solek perfekt gemacht. Findet den Kill. Und jetzt liegst wir am Cap. Das Spiel aufzumachen. Hat ja Tarsen gesehen. Oh, ich glaube Tarsen hat ihn verpasst. Das Timing könnte ja sehr gut von ihm gewesen sein. Also Cap hier gerade. Ein glückliches Händchen vom Timing. Dürfte gleich Tarsen finden. Der ist hier gar nicht auf dem Schirm. Oh, Tarsen hat den Step nicht gehört. Nein, hat er nicht. Also Cap. Oh, Tarsen dreht sich und macht einen Headshot. 5 und 16 AP noch bei ihm. Oh, die Runde wird schwer. David K pusht ja schon hinterher. Holt den ersten. Letzter Mann Epic mit der Bombe. 16 AP bei ihm noch. Also will der Kass weglegen. Ah, so hat es nicht ganz geklappt. Da muss der Bizeps noch mal trainiert werden. Jetzt fällt er auch. Ich glaube, ist die AK wieder zurückgehüpft. Ja. Da ist die AK irgendwie runtergebackt. Ist die AK zu schwer? Ist dein Bizeps zu klein? Aber schöne Idee. So, jetzt noch mal ein schneller Bekurz-Take. Oh, so, Leck gibt hier gutes Backup. Holt den ersten. Wird aber wieder rushed. Kiko mit dem zweiten. Möbelt über Underground von hinten. Holt Nummer 1. Holt Nummer 2. Letzter Mann ist im AK. Und auch der wird von David K geholt. Jetzt über die siebte Runde für Berserk. Sneaks Esports dürfte die nächste Full-Eco einlegen. Dann Berserk, die bleiben hier noch mal im Spiel. Also gerade die Force-Buy war so wichtig. Dadurch jetzt noch mal Sneaks Esports. Im Endeffekt in zwei Ecos gezwungen. Wir haben es eben gesehen. Die Force-Buy noch mal die Full-Eco. Dann ist die Möglichkeit hier für Berserk. Eventuell mit dem 11 zu 4. Die erste Hälfte zu beenden. Und zumindest mit dem 1 zu 1. Aus dem Spieltag rauszugehen. Also Sneaks Esports. Die hüpfen hier wie die Gummibären. Die Gummibärenbande über kurz durch. Also dürfte auch mittlerweile die Steps gehört haben. Aber kann nur einen holen. Wann zwar das schon gefallen? Den habe ich wohl leider verpasst. Haben jetzt den M4 noch aufgehoben. Also eigentlich schwer die Runde noch zu holen. Für Sneaks Esports. Außer Epic kann die M4 gut einsetzen. Hat aber keinen Fokus nach hinten. Ja und da kommt schon Mürbit. Ihr dürft hier gleich die M4 finden. Seht ihr auch schon. Headshot sitzt. Also letzten beiden MAK. Und züngt. MAK ist auch bekannt. Ja ich glaube das Problem ist einfach auch bei Sneaks Esports. Dass sie zumindest scheint es so. Keinen AWP Spieler haben. Oder eben einfach jemanden AWP spielen lassen. Jetzt Mürbit kann hier Epic finden. Muss hier wegkommen. Oh Sünk. Guter Trade Kill. Es ist Duell eingegangen und gewinnt es hier. Dann fährt hier wieder Vollgas durch. Anlang steht noch Kito umgeboostet worden. Kann hier MAK finden. Keine auch nicht zur Stelle für den Trade Kill. Tarsin. Nummer 1. Nummer 2 sitzt auch. Also auch die Runde zerfällt. Was eben noch wunderbar geklappt hat. Für Sneaks Esports. Nämlich einfach Vollgas durchzugehen. Die Kills zu traden. Das Aiming besser zu setzen. Auf der zweiten Map. Scheint es nicht mehr zu laufen. Berserk aufgewacht. Ja und aim einfach gegen. Das ist halt das Ding. Sobald ich Gegner habe. Die selber gut gegen aim. Und ich eigentlich nur auf aim gehe. Als T. Und einfach taktisch. Das ist jetzt nicht allzu. Da variabel ausspielen will. Dann kann es halt bitter werden. Vor allem wie gesagt. Die fehlen ja AWP bei ihnen. Gibt ihnen nicht so viele Möglichkeiten. Auf Warpast. Auf Picks zu spielen. Jetzt haben wir schon da kurz kommen. Wir werden mit der P90 Oldschool nochmal durch. Ist ja mal geflasht worden. Gibt nicht mal einen Schuss ab. Epic kann ihn finden. Und nochmal die Möglichkeit. Zumindest an den letzten zwei Runden ranzukommen. So Tarsin verschiebt noch Richtung B. Man lässt hier nochmal A. Die AP glaube ich alleine stehen. So Leck gegen ihn züngt. Kann ja gut Schaden machen. Aber wir sehen es. Die Bombe. Die geht ja nochmal langsam Richtung A vor. Eventuell wird hier züngt nur lurken. Oder vielleicht sogar unfaken. Ja noch 5 AP. Also können mit einem Lucky Headshot. Und nochmal die B-Spieler halten. Aktuell immer noch 3 Spieler am B von Berserk. Er ist jetzt so lange die Rotation. Aber So Leck holt den Spieler. Muss ja Argo kommen. Wie gesagt. Aktuell auf Manu Kito. Der muss jetzt hier mindestens ein, zwei Leute holen. Kito verschießt den ersten. Bekommt hier sehr viel Schaden. Kann ja kaum weggehen. Muss nach Langweg flüchten. Kommt gerade noch so um die Ecke. Und jetzt Ars wird eingehen. Dann was kann Tarsin holen. Erster Mann am neuen Ort. AWP jetzt auch gefallen. Tarsin mit dem ersten. Tarsin mit dem zweiten. Ein So Leck mit dem dritten. Letzter Mann auch Cap mit der AWP. Gegen drei. Bombe liegt auch noch. Hat ja zwar Tarsin hochhüpfen sehen. Aber ich glaube der AWP will das saven. Ja. Noch So Leck Gas. Geh mal weiß. Ist weggelaufen. Der AWP saven. Nach hinten zugemacht. Jetzt bekommt der Cap ein bisschen Probleme. Ja. Den macht Tarsin mit der CZ. Ja ich sag mal. Comeback wäre das falsche Wort. Aber nachdem man die Pistole verloren hat. Und es fast so aussah. Als würde hier Sneaks E-Sports komplett durchfahren. Auch in der zweiten Map. Noch mal sich schön gefangen. Und jetzt eben. Die letzten paar Runden. Sehr dominant gewonnen. So mit 10 zu 4. Und noch mal die letzte Möglichkeit. Für Sneaks E-Sports. Zumindest mit einer fünften Runde. Die Hälfte zu beenden. Und eventuell mit einem guten CD-Hold. Auch die zweite Map für sich zu entscheiden. Ansonsten muss man sich eben mit dem 1 zu 1 zufrieden geben. Für den dritten Spieltag. Und es sind wieder die 5 AKs. So Leck wird hier. B kurz vorgepusht. Keinen ersten Finn. Keinen zweiten Finn. Bombay down. Und der Push geht wunderbar auf. Auch Möbel mit der AWP erfolgreich. Und die Runde ist schon fast wieder vorbei. Nur noch Epic und Züngt. Die zwei Spieler, die vorhin am B so einen guten Job gemacht haben. Dürfen hier wieder aufräumen. Aber keine Chance. So Leck wird eine gute Pose gefunden. Macht den nächsten Headshot. Somit sein 3K vollgemacht. Und jetzt noch Züngt. Letzter Mann. Kann zwar noch Thasen finden. Aber soll jetzt besorgt nicht alle, nicht alle einzeln reinrennen in die Arme von Züngt. Findet den nächsten. Jetzt auch noch Kido. Willst du wieder wissen. Man will es hier nochmal spannend machen. Und den nächsten Sound gehört. Züngt weiß ganz genau. Einer ist kurz. Einer ist Underground. Wenn ich jetzt den Underground finden kann. Ganz perfekte Pre-Aim. Macht den Headshot. 2 on 2 noch. 1 on 2 noch. Und der Zerg macht den klassischen Move. Und sie gehen hier einzeln rein. So Flash Richtung Kurz. Aber Kido ist zur Stelle. Macht den letzten Kill. Somit 11 zu 4. Und bei Zerg mit der sehr starken ersten Hälfte. Deutlich besser geholt als auf der CD Seite. Auf der man arge Probleme hatte. Sei es auf dem B-Spot. Sei es auf dem A-Spot. Da hat gar nichts geklappt. Aber diesmal sitzt Aiming. Wir sehen es eben. Solek. 16.015. Kido 13. Und auch Möbel, der vorhin glaube ich 3 oder 4 Kills hatte. Immerhin schon mal 10 Kills gemacht. Und wir gehen gleich weiter in die zweite Hälfte. Berserk gegen Stix-E-Sports. Auf der zweiten Map. Deo-A-Pass. Kann das neue und ich sag mal junge Team nochmal gegenhalten. Und auch ihre eigene Map nochmal spannend werden lassen. Nachdem man nur 4 T-Runden holen konnte. Und wohlgemerkt 4 T-Runden bei gewonnener Pistol. So Berserk. Immerhin eine Smoked. Eine Flash. Eine HE. Man baut langsam Underground auf, welche die Info haben. Das sieht fast nach einem B-Split aus. 2 BB lang, 3 BB kurz. Vermute mal, dass die... Oh ne, okay. Die Smoke ist mit Richtung Underground. Also wird hier von kurz gesmoked und sinkt. Wir kommen hier ein Bait. Wir sehen es eben. Okolicious wird hier nur Baiten für sinkt. Deshalb auch sinkt. Guck in den Boden rein. Okolicious macht hier nur ein paar Schüsse. Aber Berserk geht nochmal Richtung A. Und da stehen aktuell auch noch 2 Spieler, die auf dem Spot warten. Was können Cap und MRK anrichten? Flash sitzt. Smoke kommt nachgeworfen. Jetzt wird Tarsin. Kann hier MRK finden. Mir wird mit dem nächsten Tarsin vielleicht mit dem zweiten Kill. Der kann noch nicht ganz connecten. Aber Tarsin findet den nächsten. Noch Okolicious und sinkt. Noch Okolicious. Hier die Munition leer geschossen. Wird hier von beiden angepusht. Holt den ersten. Rion 2 noch. Und so leckend mit Low HP. Die Runde ist noch machbar. Sie haben noch eine Fuse. Und eine Smoke. Aber jetzt Kito am Truck. Kito mit Nummer 1. Kito mit Nummer 2. Boah, schöner Shot von ihm. Und der Jumpshot. Dort im Oldschool 1.6 Burst mit der Glock sitzt. Somit die 12. Runde für Berserk. Und es ist nichts E-Sports. Es scheint so, als hätten sie ihren ganzen Tank leer geschossen. Auf der ersten Map. Da hat man wohl doch ein bisschen zu viel Gas gegeben. Und jetzt muss man hier leider zu Fuß unterwegs laufen. Und zu Fuß unterwegs sein auf der zweiten Map. War Pass. Nachdem man wirklich so dominant war auf Cash. Und es fast nach eigentlich... Es sah wirklich nach einem dominanten 2-0 aus. Muss ich sagen. Nach der ersten Map. Aber Berserk. Sie sind nochmal zurückgekommen. 12 zu 4 für sie. Die Force bei Sneaks E-Sports. Mir wird mittlerweile hier A vorgepusht. Es gibt nicht einen harten B-Sack. Wir sehen es. Fünf Leute bei B. Also kleiner Gamble bei Sneaks E-Sports. Der diesmal nicht aufgeht. A-Spot schon mal eingenommen. Bomb bezieht nach. Aber LP kann ja ein Möbel finden. Der von hinten kommen wollte. Also sie können den Retake versuchen natürlich. Aber sie können die kompletten Waffen saven. Aber sie haben leider keine Fuse-Kit. Ja. Ich glaube sie saven das Equipment einfach. Sie haben einen Weste-Helm. Sie haben eine Arka. Sie haben viele CZs. Und einfach in der nächsten Runde nochmal versuchen. Mit ein bisschen Glück. Die Runde zu drehen. Eventuelles Comeback einzuleiten. Wenn David Kane auch sein Bestes gibt. Versucht einen neuen Weltrekord aufzustellen. Im Hochsprung. Es reicht hier nicht für den Kill. Erstmal schauen. 13 zu 4. Also klar ist es noch machbar. Aber es wäre jetzt nicht schlecht die Runde zu holen. Können auf jeden Fall nächste Runde nochmal kaufen. Wir haben jetzt eben nur die Arka gesaved und die Mc10 gesaved. Und diesmal ein offensiver R-Stack. Wir sehen es eben. Viel am Grunde. Aber K kann ja so Leck finden. Aber für Mürbett gegen Epic erfolgreich. Der wollte hier durchpushen. Hat hier kein gutes Timing bewiesen. Und der Trails killt er sitzt. Jetzt auch ein lang nochmal kleines Duell. Synth muss ich zurückziehen. Aber Kito will es an B wissen. Der könnte gleich Cap finden. Und er macht den Kill so mit B-Spot offen. Muss die Rotation noch kommen. Der Bommi muss noch nachziehen über T-Spawn. Aber sie brauchen viel Zeit. Mittlerweile alle drei Spieler von Sneaks E-Sports sind hier versammelt. Also sie sind eben abgesmoked. Jetzt kommt der Push über die Lobby. Was kann da Kito holen? Kito holt den Ersten. Aber einer könnte schon fast genug sein. Free und 2 noch. Und sie geben weiter Vollgas. Was können wir bei Kounseln machen? Die Fuse geht es hier am Start. David K. Ist jetzt auch kurz bekannt. Haben wir noch 2 Arcas. Können sogar fast Zählen gehen. Also die wollen glaube ich wissen. Oh David K. Spielt hier mit seinem Leben. Immer K. Warte nur auf den Mini-Peak. Avatar sind. Perfektes Timing. Sie da rummacht. Beide Kills. Somit 14 zu 4. Sneaks E-Sports kann nochmal kaufen. Aber sollen sie die Runde verlieren. Dann dürfte es gewesen sein. Dann wird es 15 zu 4 stehen. Und Sneaks E-Sports hätte nur sehr wenig Geld. 5 mal M4. Der Handvoll Nates. Man geht nochmal zu dritt Richtung B. Da diesmal Berserk mit dem Vollgas-Move Richtung Lang. Zynk wird hier weggemollet. Kito. Pusht hier raus. Zynk kann jetzt ein bisschen Schaden machen. Das reicht nicht. 11 und 6 HP noch. Beim Möbel. Und Solek und Kito findet den nächsten. Auch David K. Mit der Mekkaner Volkreich. Pusht hier weiter durch. Will auch nächsten. Und David K. Gegen K. Erfolgreich. Letzter Mann. MAK gegen 5. Kann zwar noch David K. finden. Auch wenn Solek und ein Möbel low sind. Dürfte es gewesen sein. Es dürfte die 15. Runde für Berserk sein. Und es werden ganze 11 Map-Points für Berserk. Und es muss hier schon ein richtig hartes Comeback kommen. Damit hier Sneak C-Sports irgendwie noch in die Aubertime kommt. Natürlich ein bisschen unlucky. Dass hier Zynk so viel Schaden macht. Also sowohl Möbel als auch Solek auf 11 HP noch geschossen. Ein Hit mehr. Oder vielleicht ein Hit. Der nicht durch die Wand geht. Und dann sind zwei Spieler tot. Und alles wäre anders gelaufen. Zu einmal K. Verlitt sogar noch mal die M4. Ah. Nicht gut für ihn. Da hat sich Berserk. Was aus dem Taktikbuch. Von Sneak C-Sports rausgesucht. Und einfach schneller. B-Push. Oh ne. Kompromisse. So. Sneak C-Sports mal gekauft. Was geht. Letzte Möglichkeit nochmal hier am Leben zu bleiben. Da sagt diesmal. Ja. Tempo Richtung A. Da haben wir offensiv kurz gedeckt. Möbel kann beide Kills finden. Ah. Wieder sehr übel für Sneak C-Sports. Beide Spieler vom A-In sind gefallen. Okulis ist ja schon am Rotier. Hat nur eine UMP. Können zwar noch Möbel vielleicht finden. Aber Möbel. Der Verschalkt hier wunderbar. Und Möbel findet noch den dritten Kill. Okulis ist verendet. Ziemlich hart. Letzten beiden Spieler. Epic und zünkt. Er sieht ja ganz nach dem 1 zu 1 aus. Kito wollte noch das Knife ziehen. Aber David Kay macht den letzten. Und letzter Mann zünkt. Hier muss noch ein Wunder passieren. Dass er die Runde holt. Und das Wunder bleibt verwehrt. Ja. Schön. Ja. Schöne Spiel nochmal. Auf Oberpass von Berserk. Dominant gewesen. Nachdem man Cash so deutlich verloren hatte. Ja. War es da leider nicht genug. Schade eigentlich. Ich hätte eigentlich gedacht. Dass man hier so ein bisschen mehr. Also besser abschneidet. Auf Seiten von Sneaks C-Sports. Nach der wirklich starken ersten Map. Und wie gesagt. Eigentlich über Pass. Der Map Pick von Sneaks C-Sports. Sagte ich. Da wird nochmal ein bisschen. Sogar fast. Ein deutlicheres Ergebnis raus. Komm mal zum Schluss. Eben Berserk aufgewacht. Gut umgeschossen. Und Sneaks C-Sports. Muss ich mit dem 1 zu 1 zufrieden geben. Ja. Ich würde sagen. Wir machen gleich ein kurzes Nachinterview. Denn da steht schon. Emma keine Schadlöcher. Und er wartet nur drauf. Und dann reden wir ein paar Wörter mal zusammen. Übers neues Team. Also Sneaks C-Sports. Wie gesagt. Ist wahrscheinlich den meisten noch relativ unbekannt. Und ich glaube. Da können wir kurz ein paar Worte wechseln. Auch zu dem Lineup wechseln. Wer mittlerweile alles drin ist. Wie es so aussieht. Und ja. Also falls ihr Fragen habt. Auch gerne in den Chat stellen. Ich habe immer einen Blick auf den Chat. Und falls ich eine gute Frage sehe. Wird die aufgegriffen. Ansonsten reden wir eben über das Spiel ein bisschen. Und wie gesagt. Über das Team. Über das neue Lineup. Und was so ihre Erwartungen sind. Bis er kommt. Können wir noch ganz kurz eben schauen. Was jetzt hier passiert ist. Wie gesagt. Im 1 zu 1 gesehen. Er ist schon Overpass. Wir sehen es eben. 16 zu 9. Hat Sneaks E-Sports gewonnen. Mit einer sehr starken Leistung. Eben von Sync und Epic. Am B-Spot. Auf der CD-Seite. Und dann Overpass. Leider etwas deutlicher. Auf Seiten von Berserk. 16 zu 4. Was wir eben gesehen haben. Und gleich steht er eben noch an. Im Anschluss. Ich gehe es auch dann gleich weiter. Mit Attacks gegen die Visern. So. Ähm. You were moved. Jo. Guten Abend MRK. Guten Abend. Ja. Was sagst. Wie ist so deine Stimmung. Nach dem 1 zu 1. Zufrieden? Boah. Mit der ersten Map ja. Mit der zweiten Map. Weniger. Aber uns war das relativ klar gewesen. Also. Wenn wir die erste Map. Oder dass wir generell. Wenn wir eine Map holen. Die zweite Map. Äh. Ja. Dass es dann als Außenseiter schwer wird. Ja. Was glaubst du was? Also was war so das Erfolgreiche. An der ersten Map. Das so gut geklappt hat. Also Cash. Eigentlich der Map Pick. Von Berserk. Wenn ich nicht falsch liege. Mhm. Weil du ja schon ziemlich deutlich gewonnen. Ohne dass ihr irgendwas. Wirklich Spezielles gespielt habt. Ja. Ich glaube sie kamen einfach nicht mit dem. mit dem Spielstil von uns klar. Ja. Die halt schnelle Contact Ghost gespielt haben. Beziehungsweise mit einer Flash rausgegangen sind. Auch relativ schnell am Rundenanfang. Und auf Overpass konnten sie sich dann etwas besser darauf einstellen. Beziehungsweise haben das wahrscheinlich auch nochmal besprochen. Oder auch nicht. Und ja. Ja. Also sehe ich auch so. Ich habe auch gedacht. Das zu Beginn glaube ich eben auf Cash. Habt ihr echt einfach sehr kompakt gestanden als T. Meistens schnelle Ghost gespielt. Wenig irgendwie angefakt. Und meistens standen sie irgendwie offen auf dem Feld da. Es kam eine gute Popflash. Und dann hat sie rausgestürmt. Habt ihr Jots gemacht. Und auf Warpast. Glaubt hat man es dann zum Schluss gesehen. Waren sie ein bisschen mehr drauf eingestellt. Dass ihr eben sehr schnell ein Ghost spielt. Ansonsten. Also 1 zu 1 glaube ich. Also gesagt. Seid ihr zufrieden bisher. Was ist so euer Ziel für die Season? Naja. Nach unseren Lineup Changes. Dadurch dass Patrick zu Division gegangen ist. Und Proxy inaktiv gegangen ist. Haben wir eher gesagt. Nur das Ziel. Die Klasse zu halten. Was wahrscheinlich schwer genug wird. Und ja. Das ist generell unser Ziel. Nicht abzusteigen. Wenn du vielleicht so ein paar Beute noch verlieren kannst. Weil ich glaube. Dass viele hier Zuschauer noch nicht das Team wirklich so kennen. Weil es auch vielleicht ein paar. Also unbekannte Namen sind. Die jetzt noch nicht so bekannt sind. Von der ersten Division. Also was ich umgestellt habe. Wer die Neuzugänge sind. Und wieso die ganze Teamdynamik ist mittlerweile. Also wie schon gesagt. Patrick ist letzte Season. Oder beziehungsweise diese Season dann gewechselt. Und daraufhin ist Proxy inaktiv gegangen. Und am Ende waren halt nur noch Kai, ich und David übrig. Also Synth. Und wir haben halt neue Mates gesucht. David hat dann zwischenzeitlich auch nochmal bei anderen Teams Testgames gemacht. Beziehungsweise dort ausgeholfen. Und dann haben wir uns für Oko und Epic entschieden. Beziehungsweise sind auf Oko zugegangen. Und er meinte ja. Ja, ich habe hier noch einen. Und ja, so ist das Ganze gekommen. Oh cool. Aber ich glaube, ihr habt keinen AWP-Spieler. Kann das sein. Weil bisher glaube ich so gut wie nie eine AWP gespielt wurde auf beiden Mates. Hat auch mit dem etwas schnelleren Spielstil ein bisschen zu tun. Weil das halt nicht so viel Sinn macht. Aber wenn halt mal AWP gespielt wird, dann ist das so, dass sie mal an jeden gereicht wird. Okay. Und wir haben gar keinen festen Spieler. Ja, aber klar. Also habe ich auch schon überlegt, weil eine AWP bei eurem Spielstil wäre halt schon fast hinderlich. Weil ihr selten langsam aufgebaut habt. Wirklich mal so jede sechste Runde mal versucht habt, vielleicht langsam zu spielen. Und selbst da nur ganz kurz gechillt habt und dann einen schnellen Go gespielt habt. Aber klar, vielleicht gegen so ein Team, was eine starke AWP hat. Und sobald, glaube ich, eure Rushes aufgehalten werden, hat es halt ein bisschen schwer dann eventuell durchzukommen mit den Picks halt, weil ihr die AWP nicht habt. Ja, das auch. Und eigentlich ist das Hauptproblem, dass wir diese Season in dem Line-Up nicht ein einziges Mal gepackt haben. Achso. Na gut, das ist natürlich auch ein Nachteil. Und deswegen, ja. Aber cool, man. Also dafür, dass ihr dann wirklich nicht gepackt habt. Könnt ihr echt zufrieden sein. Und ich glaube, also zumindest von meiner Sicht aus habt ihr locker Potenzial, da mitzuhalten. Wenn da noch dann eben das Zusammenspiel besser läuft, mal besser eingespielt ist, mal geprackt hat. Da ist bestimmt auch noch mehr drin, glaube ich mal, in Zukunft. Wahrscheinlich. Ja gut. Aber dann müssen wir es hinbekommen zu pranken. Ich habe noch Hoffnung, das bekommt ihr hin. Bekommt ihr hin. Ja gut, dann vielen lieben Dank dir noch. Ich wünsche euch noch viel Erfolg im gelaufenen Season. Und ja, vielleicht dann bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Sound. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017